Hei, 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 es ist noch früh, aber gleich geht hier die Luzi ab. Ich zeig euch mal den Laden, wo der Onkel, was der Manny alles hier aufpassen muss. Lohm weiß ja gar nichts mehr. Mal hier. Junge. Habt ihr das in Lohm auch so? Nie im Leben. Nie im Leben, Alter. Mal, was hier abgeht. Und es ist doch früh, sehr früh. Es ist doch sehr, sehr früh. Es ist doch früh. Hammergeil! Jawoll! Und da ist doch keiner hier. Ich habe gerade noch Zitronen geschnitten, ohne Ende Alkohol geschleppt, damit die Jungs hier richtig abgehen. Lass mal ein paar Stunden auf, wie das hier aussieht. Lass mir auch mal gar nichts regeln.